Waldbaden, das Thema kennen wir schon. Ich habe schon einige Blogbeiträge und Podcasts dazu rausgebracht und im heutigen geht es darum, dass Waldbaden unsere Gesundheit fördern soll, im Allgemeinen. Denn eins wissen wir ja schon, Waldbaden hilft uns bei unserer mentalen Gesundheit, und Waldbaden kann unser Stresslevel senken, Waldbaden kann auch unsere kognitive Leistungsfähigkeit verbessern. Das heißt, egal ob Kids in der Schule, Teenager, Jugendliche beim Studium, Erwachsene bei der Arbeit oder auch dann später, wenn es um Gehirngesundheit geht, das heißt auch Gehirnerkrankungen präventiv zu schützen, auch das geht mit Waldbaden, das heißt Alzheimer, Demenz, Parkinson, auch hier gibt es gute Daten, die zeigen, unser Gehirn profitiert von Waldbaden bzw. Waldbadetherapie. Und wie schaut es denn aus mit der allgemeinen Gesundheit? Das heißt, die jetzt so overall betrachtet, die Wirkung auf unseren physischen Körper beispielsweise, auf Antientzündlichkeit, auf Oxidationsprozesse im Körper, Zellgesundheit und dergleichen. Auch hier gibt es valide Datenleute. Und das ist für mich natürlich besonders wichtig, dass ich euch hier nur Sachen präsentiere, wo ich sage, in der Praxis hat das funktioniert, einwandfrei, super, oder, und, oder, es gibt Studien dazu, die belegen, was ich euch hier erzähle. Und vielleicht verändert das natürlich auch die medizinische Landschaft dieses Landes oder des deutschsprachigen Raumes. Denn in Japan ist Waldbaden oder die Waldtherapie ja schon Standard in der Medizin. Ja, da gibt es sogar Studiengänge auf den Universitäten, wo man Waldtherapie und Waldbaden, ja, recht wissenschaftlich fundiert, auch erlernen kann. Das heißt, da ist schon in der Medizin was passiert, dort ist das in der Therapie schon Standard. Da gibt es Waldbadeorte bzw. auch Kurorte, wo man das machen kann. Und es hat eine extrem hohe Anerkennung in der Gesellschaft und in der medizinischen Gesellschaft. Also ich hoffe doch schon, dass ich auch mit meinem Podcast und mit meinen Blogbeiträgen zum Thema Waldbaden hier in Österreich was verändere oder zumindest bei dir was verändere. Und dir wünsche ich jetzt auf jeden Fall mal viel Spaß bei dieser Episode im Rich Headroom. So, damit Leute, wie wirkt denn das Waldbaden überhaupt oder wie wirkt denn der Wald und die Natur von uns? Das ist, glaube ich, die spannendste Frage an der ganzen Thematik. Bevor wir hier aber rein starten, möchte ich dich bitten, klick mal gleich auf Abonnieren. Jetzt, wenn du auf YouTube bist, ganz unten hier links auf Abonnieren draufklicken. Oder wenn du auf Spotify bist, vergib doch mal ein paar Sterne für mich. Follow diesen Kanal. Würde mich extrem freuen, wenn du dranbleibst und meine weiteren Themen rund um das Thema Gesundheit, Langlebigkeit und Performance. Das sind so die drei Hauptthemen, in denen ich mich beschäftige, wenn du das weiter mitverfolgst und auch davon persönlich profitierst. Und das Zweite, was ich dir noch mitgeben möchte heute ist, check mal die Webseite www.bioking.at aus. Das ist nämlich der Supporter dieses Kanals, der es möglich macht, dass dieser Kanal für dich kostenlos kommt. Dass die ganzen Informationen, die mein Team und ich recherchieren, für dich kostenlos bereitstehen. Danke vielmals an Bioking an dieser Stelle. Ein österreichisches Traditionsunternehmen, welches sehr viele verschiedene biologische, auch viele regionale Produkte herstellt. Die Firma ist in Tirol zu Hause und seit langer Zeit in Familienhänden. Also ein Vorzeigeunternehmen, könnte man sagen. Und ich bestelle mir dort meine Chiasamen, meine Granola, mein Porridge, meine Haferflocken, auch Supplements von Berglöwe zum Beispiel. Das heißt Omega-3, Grillöl, Vitamin D und so weiter. Da ist ein breites Spektrum an wirklich wichtigen und gesundheitsfördernden Lebensmitteln und Produkten. Also einfach mal reinschauen. Ich bin mir sicher, dass du dort etwas für dich findest. Aber zuerst starten wir mal hier in das Thema Waldbaden hinein. Beim Waldbaden ist es so, dass hier dieses Gesamtzusammenspiel relevant ist. Das heißt, das Zusammenspiel mehrerer Faktoren im Wald, in der Natur. Das heißt, das Wichtigste für mich ist einmal auf jeden Fall die Abwesenheit von Lärm und alles, was halt in der Stadt uns ein bisschen triggert und stresst. Vom Hupen der Autos bis zu dem, also im Straßenverkehr bis hin zu der Lärmbelastung, wenn du auf der U-Bahn-Station stehst und tausend Leute sind um dich herum. Also die Stadt hat schon ein bisschen einen Stressfaktor, das muss man schon sagen. Das ist auch eine der Sachen, die ich am stärksten spüre, wenn ich rausgehe in den Wald nach 15 Minuten bei der Ruhe, bei dieser natürlichen Umgebung. Das entstresst mich extrem schnell. Aber es gibt noch andere Faktoren, mit denen diese angenehme Geräuschkulisse zusammenarbeitet. Positive Geräusche, wie Vogelgezwitscher, der Wind, Blätter im Wind und so weiter. Aber auch natürlich Gerüche und Düfte. Das ist heute ein Hauptthema, da komme ich aber später noch dazu. Natürlich auch visuelle Stimulation, ich sage jetzt mal die Lichtspiele. Das heißt, wenn so das Sonnenlicht durch die Blätter durchscheint, das nennen die Japaner Komorebi, das ist das Lichtspiel im Wald, kann man sagen. Genauso auch Farben beispielsweise, die Farbpracht der Natur. Blau und Grün insbesondere. Natürlich im Herbst auch Gelb und Rot und so weiter. Aber Blau und Grün ist bei uns halt in der DNA ein bisschen verankert. Blau und Grün, das ist Wasser und Natur oder Wasser und Bäume, Wasser und Holz. Und das ist bei uns ein bisschen mit Sicherheit verbunden. Unsere Vorfahren haben sich immer jetzt von der Auswahl ihrer Lebensorte an Wasser und Wald orientiert. Denn dort gab es dann natürlich Trinkwasser, Holz zum Bauen, zum Heizen und Körperpflege mit Wasser und so weiter. Das ist bei uns geprägt in der DNA. Das ist genetisch verankert. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum wir Waldbaden oder die Natur als so angenehm und entspannend empfinden. Aber es gibt noch andere Stimulationen wie beispielsweise Formen, der Anblick von Formen. Das sind sogenannte Fraktale, das heißt die Form eines Astes, die Form eines Blattes, die Form eines Baumes. Das kennen wir doch. Wir stehen vor einem schönen, großen, alten Baum und wir sind einfach nur beeindruckt. Wir entspannen uns allein durch das Anschauen solcher Formen. Weiters natürlich auch ist das Klima im Wald sehr entspannend. Das heißt die Temperatur, die Temperaturregulation beispielsweise im Sommer, wenn es sehr heiß draußen ist, im Wald ist es immer angenehm kühl. Genauso aber auch die hohe Luftfeuchtigkeit trägt positiv dazu bei und auch insgesamt die saubere Luft des Waldes, weil Wald und Bäume reinigen Luft und das spürt man natürlich im Wald ganz besonders. Eines ist hier am Ende noch ergänzend zu sagen, es ist nicht nur der Wald selber, sondern auch unser Verhalten dort. Das heißt natürlich die Interaktion gehört zu diesem Zusammenspiel dazu, aber was uns auch positiv stimmt ist die Bewegung im Wald. Das heißt wenn du in den Wald gehst und dort spazieren gehst oder auch mehr machst, dann hat das natürlich auch eine positive Wirkung auf dich. Wir wissen jetzt aber natürlich, dass intensiver Sport im Wald positiv wirkt, aber natürlich die Interaktion mit dem Wald mindert und somit auch die Wirkung des Waldes mindert. Waldbaden und Sport passt jetzt nicht zu 100% zusammen. Ich sage jetzt mal, das Intensivste was ich im Wald mache ist, wenn ich Waldbaden gehe, ist Spazierengehen. Das heißt eine Running Session im Wald, was ich liebe, ich liebe Trailruns und so weiter seit neuer Dings und das würde ich da nicht Waldbaden nennen. Das ist eine Sportsession. Das Wichtigste auf jeden Fall ist die Abwesenheit von stressigen Geräuschen und Elementen. Das gibt uns die Möglichkeit mit dem Wald zu interagieren. Ganz, ganz wichtig. Und auch sehr wichtig, man muss diese Interaktion ernst nehmen, dass es auch genießen. Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, das ist messbar an Gehirnaktivität, an Blutdruck, an der Körperhaltung beispielsweise. Wenn Leute nicht interagieren mit dem Wald, dann kommt es auch zu schwächeren Effekten, also weniger Entspannung. Man stellt sich mal vor, man geht als Lehrer, als mit der Schulklasse in den Wald und die Hälfte der Kinder sind halt einfach überhaupt nicht motiviert dort zu sein. Das bedeutet dann halt auch leider, dass die entspannende Wirkung und die vorteilhafte Wirkung gemindert ist. Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen, würde ich jemals sagen. Aber wir gehen weiter, schauen uns die Chemie und die Pharmakologie des Waldes an, da wird es besonders spannend, da kommen auch zu den Gerüchen und der gleichen. Und der Wald hat eine eigene Atmosphäre, also eine ganz eigene Luftzusammensetzung. Das sind die sogenannten BVOCs, Bionic Volatile Organic Compounds, ganz schwieriges Wort zum Aussprechen, schwierige Wortkombination. Das sind leicht verdampfende Stoffe, die sogenannten Terpene. Terpene ist mittlerweile schon ein bekanntes Wort im Sprachgebrauch, beziehungsweise für Leute, die sich mit der Natur beschäftigen. Terpene werden von Pflanzen produziert, insbesondere von Nadelhölzern, aber von grundsätzlich allen Pflanzen, sogar vom Waldboden, sogar von toten Elementen im Wald, wie einem toten Baum, von Mikroorganismen, von Insekten und so weiter, alle machen das. Und der Hauptgrund, warum sie das machen, ist Schutz und Kommunikation. Das heißt, diese Terpene sind im Wald dafür zuständig, zwischen den einzelnen Spezien oder insbesondere unter der eigenen Spezies zu kommunizieren und sich selbst zu schützen. Terpene, kann man auch sagen, Duftstoffe, sind auch verarbeitet in ätherischen Ölen. Das heißt, wenn du dir ein ätherisches Öl kaufst, ist dort der Duftstoff stark konzentriert. Ich sage jetzt mal zum Beispiel ein Zirbenöl fürs Schlafzimmer, fürs besser schlafen, da sind ganz viele Terpene der Zirbe drinnen. Da komme ich aber später noch dazu, ob das nur Vorteile bringt oder auch Nachteile. Das ist ganz spannend. Jede Pflanze hat ihr eigenes Profil und das sieht man oder riecht man auch. Das heißt, Geruchsunterschiede bedeuten auch Terpene oder Duftstoffunterschiede. Und wie gesagt, die Spezien kommunizieren untereinander durch diese Duftstoffe. Aber diese Duftstoffe haben auch eine andere Wirkung im Wald. Das heißt, beispielsweise anti-entzündliche Wirkung ist nachgewiesen durch Studien, durch Terpene, Antioxidation, Neuroprotektiv, das heißt, Terpene sind neuroproduktiv, also gehirnschützend, für Neurologie, neurologisch schützend, immunstimulierend, das heißt, beispielsweise werden die NK-Zellen des Immunsystems erhöht, das sind die natürlichen Killerzellen, spannende Sache, Adrenalin reduziert sich durch diese Terpene, Herzfrequenz reduziert sich durch die Terpene und es kommt zu einer Aktivierung des parasympathischen Nervensystems, zum Parasympathikus. Das heißt, Entspannung, Beruhigung und Angstlösung ist so hier der Auslöser dann durch dieses Nervensystem, durch diese Wirkung. Ja, und eine Steigerung der Hirnleistung und der Stimmung ist auch messbar durch Terpene. Das heißt, Duftstoffe haben dieses wirklich sehr starke und breite Wirkungsspektrum auf unsere Gesundheit, auf unser Gehirn, auf unseren Körper. Klingt irgendwie nach ein Zaubermittel, oder? Also, für mich ist es das. Für mich ist es tatsächlich ein Zaubermittel, die, ich würde aber jetzt sagen, der Wald an sich im Generellen ist das Zaubermittel. Aber wir schauen noch ein bisschen weiter, wie funktioniert denn das eigentlich? Es gibt hier nämlich tatsächlich auch Labortests, aber hier muss man wirklich vorsichtig sein, was die Settings betrifft, wenn man sich diese Studien durchliest und deswegen habe ich hier nur Profis am Werk, das heißt die Vivian, die mit mir zusammenarbeitet und mir hilft bei der Optimierung meiner Texte, meiner Podcasts und so weiter, die mir diese ganzen Studien liefert, mir hilft bei der Recherche, hat immer ein besonderes großes Auge auf das Thema Setting, denn wir wissen natürlich, dass Wald, Badestudien und ja alles, was aus der Wissenschaft kommt aus diesem Sektor, weniger stark ist als beispielsweise Studien in der Pharmakologie oder was Medikamente betrifft, da sind nämlich natürlich viel mehr Probanden dahinter, viel mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen, aber auch viel mehr Kohle. Das bedeutet natürlich, im Waldbaden wird niemand so schnell Geld investieren, das heißt die Studien sind kleiner, es gibt meist keine Placebo-Gruppen, das heißt Leute, die nicht Waldbaden, wo das dann gemessen wird, ist auch ein bisschen schwer ein Placebo zu machen, wenn du sagst, du setzt jemanden in den Wald rein, dann weiß er das. Aber viele dieser Terpen-Studien sind so gemacht, dass die Leute in eine Box gesetzt wurden und dort wurden dann Terpene eingesprüht. Da kann man natürlich schon Placebo-Gruppen auch platzieren, wo dann einfach nur Duftstoffe eingesprüht werden, synthetische, die keine Wirkung haben. Aber schauen wir uns das ein bisschen näher an, zum Beispiel die Antientzündlichkeit. Terpene reduzieren entzündungsfördernde Stoffe wie beispielsweise Interleukine, TNF-Alpha und COX-2. Das ist super spannend, finde ich. Es hat dadurch auch einen Einfluss auf Neuroinflammation, das heißt Entzündung des Gehirns, ganz, ganz wichtig, und eben fortschreitend dann auch Alzheimer beispielsweise als Gehirnerkrankung. Und diese Terpene haben auch im Entzündungssystem des Körpers eine positive Wirkung auf die Rezeptoren der die Cannabinoide. Cannabinoid-2-Rezeptoren heißen diese. Und ganz besonders das Alpha-Pineen von den Nadelbäumen wirkt dort ganz besonders stark. Also auch wieder etwas, wo ich sage, wow, ziemlich krasse Sache, antientzündliche Wirkung durch Waldbaden. Finde ich cool. Aber auch antioxidative Wirkung ist bewiesen in Studien, Entschuldigung, belegt in Studien, dass es eine Wirkung hat. Das heißt, ein direkter Stutz gegenüber oxidativen Prozessen und oxidativen Schäden in unserem Körper funktioniert so, dass die Enzymaktivität gesenkt wird, die für oxidative Prozesse verantwortlich ist. Weiters habe ich auch Informationen gefunden, dass Waldbaden beziehungsweise diese Terpene und Duftstoffe gegen mitochondriale Dysfunktionen schützt. Und ihr wisst, Mitochondrien, eines meiner Lieblingsthemen, diese kleinen Kraftwerke unseres Körpers, von denen wir zig Billionen haben, die dafür verantwortlich sind, dass wir Energie produzieren, aber auch verantwortlich sind für Unterstützung des oxidativen Prozesses im Körper oder anti-oxidativen Prozesses im Körper in dem Fall, beziehungsweise auch zelltoddefekter Zellen. Also ein wichtiges System und hier wird geschützt vor der Dysfunktion. Ja, was ich noch gefunden habe ist, es gibt eine stimulierende Wirkung auf die Autophagie, auch ein spannendes Thema, kennen viele von Neuich unter den Deckmantel des Fastens, das heißt Fasten führt zur Autophagie, Autophagie ist so quasi der automatische oder der körpereigene Recycling-Prozess, das heißt Zellrecycling, ist ein ganz wichtiger Faktor im Bereich der Krankheitsprävention und Jungerhalt und hier zeigt sich auch ein reduziertes Tumorwachstum durch den Einsatz dieser Terpene, das ist doch krass, das heißt es zeigt sich ein Eingriff in den Zellzyklus von Tumorzellen und die Vermehrung wird gestoppt. Das ist natürlich eine unglaubliche Information, das muss doch irgendwo in der Medizin in der Zukunft einen festen Bestandteil haben. Ganz wichtig aber hier, das Übermaß könnte kontraproduktiv sein und deswegen ist es ganz wichtig jetzt hier nicht anzufangen mit ätherischen Ölen und Duftkonzentraten herum zu experimentieren im Falle des Falles. Der Wald selbst hat keine gefährlichen hohen Konzentrationen, deswegen ist hier ein positives Zusammenspiel zu erwarten. Es gibt auch Studien, die zeigen diese synergistische Wirkung bei Chemotherapien beispielsweise. Das heißt, in so einem Fall, einer Krebstherapie, ist der Besuch im Wald mit ziemlicher Sicherheit sinnvoll. Also nicht nur wegen den Terpenen, sondern allein auch wegen der stresslösenden, angstlösenden Komponente, wegen den ganzen gesundheitsfördernden Wirkungsmechanismen des Waldes und der Bäume und natürlich auch was die mentale Gesundheit betrifft. Und wir wissen ja im Krebsfall, dass mentale Gesundheit extrem wichtig ist und der mentale Kampf und die Aufnahme des Kampfes gegen den Krebs extrem wichtig sind. Das heißt, die positive Stimmung ist besonders wichtig für den Therapieerfolg und deswegen ist auch Waldbaden sehr spannend hier in diesem Zusammenspiel. Wald ist aber nicht gleich Wald. Es gibt ja verschiedene Bäume. Wir haben Laubbäume, wir haben Nadelbäume und so weiter. Es gibt unzählige verschiedene Baumarten. Natürlich haben wir vermehrt in Österreich ja so Buche und Fichte. Das ist ja auch natürlich Holz, das verarbeitet wird und österreichischer Wald. Österreich ist mit so rund 50 Prozent mit Wald bedeckt, aber das ist natürlich Forstwirtschaft auch. Das wird dann verwendet für die Forstwirtschaft, wird verkauft, wird fürs Heizen verwendet, wird fürs Bauen verwendet und so weiter und so weiter. Jede Pflanze, jeder Baum hat seine eigenen Botenstoffe. Das ist Birke, Ahorn, Eiche und so weiter, Buche und Fichte und dergleichen. Jede Baumart hat ihre eigenen Duftstoffe, kann man sagen. Und da könnte man sich dann auch gleich die Frage stellen, gibt es bessere oder schlechtere Wälder, zum Beispiel gibt es Wälder, die ganz besonders auf Lunge wirken, auf die Lunge, auf die menschliche, das heißt Lungenwälder oder gibt es Nervenwälder oder Herzwälder, wo man sagt, diese Duftstoffe wirken ganz besonders stark aufs Herz. Das ist noch zu wenig erforscht. Es gibt Studien dazu, aber das ist noch nicht stark genug. Also beispielsweise habe ich eine Studie aus Italien gefunden, die zeigt, dass Nadelbäume eine vermehrte Duftstoffproduktion, Terpenproduktion haben. Eine andere Studie zeigt wieder, dass es eher die Laubbäume sind, die da hilfreich sind. Wieder ganz wichtig, es sind immer die gesamten Sinneseindrücke, die der Wald hergibt, die gesundheitsfördernd sind. Das heißt, versteifen wir uns hier nicht so sehr auf die Duftstoffe und auf die Terpene, sondern immer das Gesamtbild im Kopf behalten. Aber es zeigt sich trotzdem in Studien und in ersten Versuchen beispielsweise, die Eiche wirkt deutlich besser bei Frauen als bei Männern, insbesondere, was die Thematik Angstlösung betrifft. Birke beispielsweise wirkt bei beiden Geschlechtern gleich und der Ahornbaum, der wirkt relativ schwach bei beiden. Also, auch das kann man berücksichtigen bei der Auswahl des Waldgebietes, wo man hingeht. Und weiters auch sehr spannend und interessant ist, der Tag-Nacht-Rhythmus. Auch der hat eine hohe Relevanz im Wald und somit auch für uns, für das Waldbaden. Und ihr wisst das, ich habe das in Vorträgen schon oft gesagt, der Tag-Nacht-Rhythmus, der zirkadiare Rhythmus für uns Menschen enorm wichtig. Extrem gesundheitsfördernd, sich nach diesem zu richten, das heißt, die Sonne zu nutzen, zum Aufstehen zum Beispiel, den Abend zu nutzen, zur Ruhe zu kommen und Licht zu dienen und so leicht in den Schlaf zu finden. Unser ganzer körperlicher Hormonprozess, alles in unserem Körper tickt nach der Sonne, kann man sagen. Also das ist wirklich besonders wichtig. Und man sieht, der Wald macht sich anders. Das heißt, in der Früh haben wir relativ hohe Werte, was Terpene betrifft und am frühen Nachmittag die Höchstwerte, was Terpene betrifft. Ansonsten am Vormittag geht es ein bisschen runter und am späten Nachmittag geht es wieder gravierend runter. Das heißt, das kann man auch berücksichtigen bei der Auswahl der Uhrzeit beispielsweise, wann ich in den Wald gehe. Aber wieder ganz wichtig, das Gesamtbild, die gesamte Stimulation des Waldes ist wichtig. Das ist die Uhrzeit, die ist gar nicht so wichtig. Die Jahreszeit, ja, sie hat eine Auswirkung, beispielsweise im Sommer, wenn es sehr warm ist, haben wir eine höhere Konzentration an Terpene und wir profitieren noch von diesen Lichtverhältnissen, von diesen Lichtspielen, Kumorebi, wie ich sie vorher genannt habe. Wenn das durchs Blattwerk durchdringt, das hat eine sehr stimulierende Wirkung auf uns Menschen. Auch die hohe Temperatur, wie gesagt, eine positive Wirkung auf uns Menschen. Und auch der Frühling beispielsweise, die Blütezeit der Pflanzen und der Bäume, auch hier ist ein Anstieg der Waldstoffe zu vermerken. Man muss jetzt aber hier auch dazu sagen, dass deswegen jetzt Herbst oder Winter jetzt nicht deswegen schlechter sind, wenn man jetzt die Wirkung des Waldes betrifft, denn Terpene und Duftstoffe sind ja ein Baustein dieses Konzeptes. Was ich aber auf jeden Fall gut finde, bezugnehmend auf Terpene, wenn ich es mir aussuchen kann, dann nutze ich einen eher Windstillentag, denn wolkenlose Windstilletage, da ist die Konzentration an Terpene im Wald höher, denn durch die Windstille werden die Terpene nicht verblasen oder verwirbelt, kann man sagen, in der Atmosphäre um uns herum. Ja, meine Lieben, also ich würde mal sagen, als mein Fazit hier, dass Waldbaden ein unheimlich gesundheitsförderndes und medizinisches Potenzial hat und für die Leute, die mit den Augen rollen, wenn ich in meinen Coachings komme mit dem Thema, hey, wir sprechen heute über Waldbaden, da sage ich auch immer gleich dazu, verstehe ich total, ich weiß, du bist voll im Einsatz, bist ein High Performer, willst Gas geben in den Alltag, willst deine Performance optimieren, aber die Gesundheit ist die Grundlage von Performance und wenn wir über und wenn wir über einen Longevity-Charakter nachdenken, für mich eines der spannendsten Wörter der Zukunft und für mich der Schwerpunkt dieses Podcastes nächstes Jahr 2023, Gesundheit und Langlebigkeit führt zu Performance, das ist so eine Dreierkonstellation, die man sich mal vergegenwärtigen muss und wir sind halt ganz stark geprägt von Medizin, von klassischer Medizin und Medikamenten und glauben, dass es gegen jede Krankheit ein Kraut gibt beziehungsweise ein Medikament in Kapselform und ja, wir müssen die Augen vielleicht nochmal in die Natur wieder ausrichten und ich glaube, dass die Natur uns viel, viel bieten kann in der Prävention vor schweren Erkrankungen und das haben meine letzten vier, fünf Blogbeiträge und Podcasts jetzt schon gezeigt, dass das wirklich sehr stark wirken kann, wenn wir uns darauf einlassen und ich glaube, das ist das Wichtigste, wir müssen uns darauf einlassen, wir sollten uns darauf einlassen und akzeptieren, dass die Natur heilende Wirkung für uns hat in der Prävention und natürlich auch in der Heilung selbst, wenn die Krankheit schon da ist. Einfach mal darüber nachdenken und bei dem nächsten Waldbesuch einfach mal reinfüllen und sagen, wie fühlt sich denn das jetzt an? Wie geht es mir, wenn ich jetzt eine halbe Stunde, Stunde im Wald spazieren gehe, an einem ruhigen Ort vielleicht mal den Weg verlasse und direkt in den Wald steige und dann hier interagiere mit den Wurzeln, mit den Bäumen, mit den Blättern, und mit dem Boden und mit den Tieren. Also, für mich eine, wie soll ich sagen, Game Changer. Absolut. I love it. Der Wald ist für mich ein absoluter Game Changer. So wie BioKing. Und dort solltest du jetzt reinschauen. www.bioking.at Schau dir die Webseite an. Ein super natur-nahes, naturverbundenes Unternehmen. Philipp, der das Unternehmen leitet seit vielen Jahren, ist ein ganz großer Naturfreak. Ein echter Tiroler, wie man sagt. Schaut dort auf die Webseite mit dem Code Richard 15, bekommt sie auf das gesamte Sortiment 15%. Und wie gesagt, meine Lebensmittel, der größte Teil meiner Frühstückslebensmittel und auch Supplements bestelle ich dort. Und auch jetzt mittlerweile Hauptnahrungsmittel wie Reis, wie Olivenöl und so weiter, finde ich alles dort. Also richtig klasse, richtig cool, finde ich das. Und meine Bitte jetzt noch hier am Ende an dich, geh gleich mal auf Like. Ja, ich glaube, der Podcast war ganz gut. Ich glaube, dass der Inhalt spitze ist. Du kannst damit sicherlich etwas Gutes für deine Gesundheit tun. Schau mal in den nächsten Beitrag, da geht es wieder um das Thema Waldbaden. Ich habe noch ein paar Asse im Ärmel, kann man so schön sagen. Und geh doch mal auf meine Webseite richardstaudner.at in den Blog. Dort kannst du diesen Beitrag, diesen Podcast auch nachlesen im Text. Wenn dir das lieber ist, kannst du ihn verschicken an Freunde und findest auch noch die Quellen zu den ganzen Studien, die ich heute zitiert habe. Also, ich kann dir jetzt eigentlich nur noch eine gute Zeit im Wald wünschen. Bis bald, mach's gut und bleib gesund. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.